Letztes Spiel wieder. Kriegst du für dich. Vielleicht soll der zu... Schaut doch mal nicht so aus. Ja immerhin. Was ist der Checkpot? Handy. Ich erzähle nicht. Ja. 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 Auf gehts. Ja. 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 Sechs Euro war ich... Ja. Einiges haben euch. So, treiben wir ab, der. Voll. Auf geht's, mehr. Cool, drei, vier. Ria? Ria? Und? Schön. Leute, immer schön vor Augen halten, zocken schön gut und recht, aber alles andere ist jedenfalls besser wie zocken. Schöner Gewinn, zwar nicht viel, aber ich kann mich weiter bewegen und krieg vielleicht noch ein Breitspiel. Jetzt nehmen wir das Zeug mit Zehner. Oh, die große Schöner hier habe ich. Ja, seht aus. Hm. Noch ein einziges Zalt bis jetzt. 45 Cent, glaube ich. Sehr stark. Jetzt filmen wir mal mit. Schauen wir mal, ob ein bisschen besser läuft jetzt. Weil momentan laufen die Freispiele alle so gut. Jetzt macht er entweder nichts oder voll. Jetzt schaut sie noch nichts aus. Auf geht's. Vor mir ein paar Dals. So 3 bis 5. 3 mal 2. Wo spielen wir noch? 4 mal 2. Mal schauen. Vielleicht nach der Heute. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Bruno, streng dich an. Braucht drei bis fünf Bücher. Ja, ja, Bruno, schön. Tausende waren wir da. Jetzt hat man auch mal viel. Jetzt geht's aber. Sehr großes Kino.